Du möchtest ein farbiges Kleid zum Beispiel in ein weißes Kleid oder in ein schwarzes Kleid verändern in Photoshop? Das geht ganz einfach, ich zeige dir heute wie. Und natürlich möchte ich dich an dieser Stelle auch nochmal auf den Adventskalender hinweisen, denn heute gibt es natürlich wieder was zu gewinnen und zwar ein Videotraining und zwar Lightroom für Anfänger. Zweimal, du hast also zweimal die Chance zu gewinnen. Du musst dich einfach nur einmal auf dem Adventskalender auf meiner Webseite eintragen mit deiner E-Mail-Adresse, dann bist du automatisch bei allen 24 Tagen mit dabei. Und kannst entsprechend die Gewinne dann auch abstauben. Ich wünsche dir dabei ganz viel Glück und natürlich jetzt auch viel Spaß mit dem Video. Wir sind wieder in Photoshop drin und diesmal möchte ich dir zeigen, wie ich ein farbiges Kleidungsstück, wie jetzt zum Beispiel hier den blauen Anzug des Bräutigams, zum Beispiel in schwarz färben kann. Und dafür drehe ich jetzt nicht nur die Sättigung runter und mache das Ganze ein bisschen dunkler, weil dadurch verliere ich viele Details, sondern ich möchte alle Details hier wirklich beibehalten. Und dafür gehe ich in die Korrekturenpalette rein und nehme eine Schwarz-Weiß-Ebene. Diese Schwarz-Weiß-Ebene, weil ich jetzt den Anzug quasi dunkler machen möchte, also schwarz färben möchte, stelle ich jetzt auf Abdunkeln. Jetzt sieht das ganze Bild erstmal ein bisschen komisch aus und das kann man relativ einfach wieder reparieren, indem ich jetzt einfach die Gelbtöne hier mal nehme und ganz nach rechts schiebe. Und dann sieht das ganze Bild schon fast wieder normal aus, außer jetzt der Anzug und so ein bisschen der Himmel. Aber das können wir gleich noch reparieren. Was ich jetzt als nächstes mache, ich gucke mir mal an, welche Farbe hat dieser Anzug. Das ist so cyan und blau, würde ich jetzt mal sagen. Und ich fange jetzt einfach mal an, die cyan-Werte hier etwas weiter nach unten zu drehen und schon ist der Anzug schwarz. Und zwar ohne, dass wir hier irgendwelche Details verloren haben. Ich mache einfach mal vorher und nachher. Ja, also, der Anzug ist komplett schwarz und wir haben aber noch alle Details hier drin. Also auch wenn ich hier reinzoome, dann siehst du wirklich die ganzen Strukturen auf dem Anzug genauso, wie sie vorher waren, als er blau bzw. so cyan-mäßig war. Jetzt könnte ich einfach hier diese Ebenenmaske nehmen. Ich drücke jetzt hier mal Command und I, drehe die einmal um und könnte jetzt zum Beispiel einfach nur einen Pinsel nehmen, dadurch, dass wir jetzt hier außen herum nicht wirklich irgendwelche anderen Blau-Werte haben und könnte jetzt mit einer weißen Pinselspitze hier einfach einmal kurz drüber malen. So, auch so ein Stück weit muss ich hier über das Kleid ja brau drüber malen, weil das Bläuliche von dem Anzug tatsächlich so ein bisschen reflektiert auf ihr Kleid. Also auch das müsste ich dann so ein bisschen rausnehmen. Male ich jetzt hier einfach einmal drüber, zack, und schon ist das restliche Bild auch wieder hergestellt. Und wir haben ein Bräutigam mit schwarzem Anzug. Das sieht auch richtig gut aus. So, wie kann ich es jetzt genau andersrum machen? Wenn ich jetzt den Anzug aufhellen möchte, dann nehme ich jetzt hier nicht abdunkeln, sondern aufhellen als Ebenenmischmethode. Ich muss jetzt hier die Gelbtöne einmal komplett runterziehen, also genau das Gegenteil machen. Und jetzt auch die Cyan-Töne nicht ins Negative ziehen, sondern eher ins Positive. Und du siehst, was passiert. Zack. Wir können das jetzt hier schön weiter nach oben drehen, aber einfach jetzt hier mal so ein helles Grau reicht ja schon aus. Werde ich jetzt hier mal noch ein bisschen mehr drüber malen. Man sieht jetzt hier, dass die Ebenenmaske noch nicht überall genau greift. Und schon haben wir jetzt hier auch wieder mit allen Details einen Anzug, den ich weiß färben kann, beziehungsweise jetzt grau. Ich würde ihn jetzt nicht komplett weiß machen. Ja, aber in die Richtung kann es dann natürlich gehen. Also entweder schwarz oder weiß färben. Wie gesagt, mit einer schwarz-weiß Ebene. Die Gelbtöne hier hoch oder runter regeln, mit aufhellen oder abdunkeln. Und dann einfach den entsprechenden Farbkanal, den ich hier ansprechen muss, um die entsprechende Farbe zu bekommen, den einfach dann hoch oder runter regeln. Und schon hast du aus einem blauen Anzug entweder einen schwarzen oder einen hellgrau oder weißen gemacht. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ihm so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Und natürlich nochmal der Hinweis auf den Adventskalender und auf das Gewinnspiel heute. Du kannst, wie gesagt, Lightroom für Anfänger, den Videokurs von mir gewinnen. Zweimal steht er zur Verfügung heute. Und wenn du einer von den zwei Gewinnern sein möchtest, dann einfach einmal im Adventskalender eintragen. Und schon bist du automatisch dabei. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.